Willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin zwar Alex, es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. Heute an einem wunderschönen Mittwoch gibt es ein kleines Update zu den Posts, die ich für euch poste in der WhatsApp-Gruppe. Die da drin sind, wissen wovon ich spreche. Die nicht da drin sind, wissen es gleich wovon ich spreche. Und zwar präsentiere ich immer Deals, Produkte, die man profitabel einkauft und profitabel dementsprechend wieder auf Marktplätzen verkaufen kann. Und in diesem Video möchte ich ein kleines Update geben, was ich in der letzten Woche gepostet habe und so zu zeigen kann, wie sich die Preise entwickelt haben, welche Profite man damit erzielen konnte und vieles mehr. Bleib dran und schau dir das Video an. Ich wünsche dir viel Spaß bei diesem Video. Ja, ich möchte dieses Video kurz und knackig halten. Das soll jetzt jeden Mittwoch erscheinen. Ein Update zu den Posts, die ich gemacht habe. Wie sich die Preise entwickelt haben, habe ich mit meiner Einschätzung richtig gelegen, ob sich die Preise nach oben oder nach unten weiterhin entwickelt haben oder nicht. Und dementsprechend schauen wir uns das Ganze an. Ich habe hier einige der Produkte, die ich in der WhatsApp-Gruppe gepostet habe, herausgesucht. Und dementsprechend möchte ich die zeigen. Falls du nicht weißt, wovon ich spreche und du auf diesen Kanal gestoßen bist und möchtest gerne auf Marktplätzen wie Amazon und eBay Artikel weiterverkaufen und zwar profitabel weiterverkaufen, dann bist du hier genau richtig. Abonnier diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du dann auch kein weiteres Video mehr. Des Weiteren poste ich in einer WhatsApp-Gruppe Deals, die du auf Amazon und anderen Online-Shops kaufen kannst, günstig kaufen kannst. Das sind meistens Sonderangebote und diese profitabel weiterverkaufen kannst. Ich analysiere diese mit den vergangenen Preisen, die diese Artikel gehabt haben. Dementsprechend kann man das gut einschätzen, ob dieses Produkt im Preis wieder steigt und man es als Verkäufer profitabel weiterverkaufen kann. Alles Weitere unten in der Beschreibung, wie gesagt, wie du auch dich für den Newsletter bei WhatsApp anmeldest, findest du auch unten in der Beschreibung. Dementsprechend kannst du dir das Ganze anschauen und weißt, wovon ich spreche. Die Leute, die bei WhatsApp in dem Newsletter-Verteiler sind, wissen, dass ich wirklich überhaupt nicht spamme mit irgendwelchen Angeboten, sondern wirklich gezielt Angebote zur Verfügung stelle, die wirklich profitabel sind, meiner Meinung nach und meiner Einschätzung nach. Also es ist so, dass es nicht garantiert ist, aber es ist durchaus möglich, dass man hier wirklich profitable Gewinne macht. Und das ist für den einen oder anderen natürlich direkt verständlich und sichtbar. Das liegt trotzdem in deiner Entscheidung, was du kaufst und was du nicht kaufst. So nebenbei nur dazu gesagt. So schauen wir uns mal die Deals einfach mal an, die ich gepostet habe. Hier war es ein Kratzbaum. Tatsächlich nicht für jeden was, denn der braucht natürlich auch Platz. Der ist zwar zerlegt, wenn er bestellt wird, aber auch hier braucht man einen gewissen Platz. So. Das Ganze analysiere ich immer mit dieser Keeper-App oder Add-on, die man hier im Browser installieren kann und dementsprechend auch die Preisentwicklung von Amazon sehen kann. Und diesen Deal habe ich gepostet mit einem Preis von 57,13 Euro. Da waren wir ungefähr, ja hier ungefähr. Ich kann ja das Ganze einmal hier so eingrenzen. Und für 57,13 Euro habe ich auf jeden Fall diesen Post gemacht. Da sehen wir es. Das war ungefähr der Tiefpunkt. Und wenn man da gekauft hätte, hat man im Grunde genommen direkt, ja, einen Tag später ist der Preis dann auf 155 Euro gegangen. Echt unglaubliche Preissprünge. Das heißt nicht, dass der Preiswert so stabil bleibt, sondern er kann natürlich auch wieder fallen, was er hier gemacht hat. Dennoch hat man hier Gewinne machen können, wenn man das Ganze so verkauft hat. Also wir sehen es hier. Ebay wird das Ganze hier für 158 Euro angeboten. Bei Amazon beginnt das Ganze ab 159 Euro zuzüglich noch Versandkosten. Und ich mache den Preisvergleich mit Idealo, also anderen Online-Shops, die bei Idealo gelistet sind. Da war der Preis ab 144 Euro. Was hat man hier machen können? Ein Gewinn von 40 bis 60 Euro dementsprechend. Also sehr profitables Produkt gewesen. Nächstes Produkt ist zwar, ist so ein Plattenspieler mit Bluetooth-Anbindung und vielem mehr. Boxen hat man hier auch. Und hier war das auch sehr profitabel und attraktiv. Und ich grenze das Ganze einmal hier so ein. Ich habe ihn, diesen Artikel habe ich gepostet, als er bei 79,12 Euro war. Und das war genau hier. Also wir haben hier schon 91 Euro gehabt. Dann ist das wieder nach 133 Euro gesprungen. Und dann haben wir 79 Euro für ein paar Tage gehabt. Sieht man hier direkt. Und dann ist das leicht wieder hochgegangen. Und seitdem ist das Ding wieder bei 133 Euro von Amazon angeboten. Jedoch muss man dazu sagen, 1 bis 2 Monate Versandzeit. Es kann natürlich sein, dass die Versandzeit auch zu diesem Angebot beständig war. Das heißt, dass ihr dieses Produkt erst später bekommt. Wer es allerdings jetzt schon bekommen hat, kann es ab 150 Euro anbieten, wie man hier sieht. Jemand bietet das hier schon an. Ein Produkt kann natürlich sein, dass es einer von denen ist, die das gekauft haben. Die meinen Kanal abonnieren, beziehungsweise die meinen Newsletter abonnieren. Und kann das dementsprechend hier für 149 Euro verkaufen. Ebay können wir auch Preise einsehen. Können wir gerade nicht. Okay. Und dementsprechend ist auch das recht profitabel gewesen. Wir haben hier recht vernünftige Bewertungen für das Produkt. Und dementsprechend auch hier war eine Marge, beziehungsweise ein Gewinn von 20 bis 30 Euro möglich. Schauen wir uns mal was anderes an. Und zwar hier bei Saturn gab es eine Spiegelreflexkamera oder Systemkamera auch genannt. für 888 Euro. So. Und nun ist der Preis wieder bei 1038 Euro. Ja, ich weiß, solche Produkte sind etwas schwieriger. Ist auch ein gewisses Budget, was es erfordert. Ist auch nicht für jeden was. Jedoch Spiegelreflexkameras sind preislich echt immer sehr gut. Steigen meistens. Also ich habe einige Produkte schon gekauft, beziehungsweise einige dieser Systemkameras und so weiter gekauft. Echt zu sehr günstigen Preisen. Und die sind jetzt um das Doppelte gestiegen. Also es ist echt schon fast wie so eine Anlage, kann man sagen. Die Technologie dahinter ändert sich nicht viel großartig. Dementsprechend sind die sehr, sehr wertstabil. Und sollte man natürlich jetzt nicht über Jahre lagern. Aber dementsprechend kann man das hier zu günstigen Preisen kaufen und zu teuren Preisen wieder verkaufen. Also auch für den einen oder anderen war es gewesen. 80 bis 150 Euro Gewinn habe ich hier angegeben, wären möglich. Wenn du irgendwelche Produkte schon weiter verkauft hast, dann schreib mir doch gerne unten in die Kommentare, wie viel du damit Gewinn machen konntest. Und dementsprechend würde ich mich darüber freuen, über ein Feedback. So, kommen wir zum nächsten Produkt. Auch wieder was über Amazon. Und zwar so ein Topstar-Hocker. Ja, kennt der ein oder andere vielleicht. Ich selber saß auf sowas noch nicht. Soll aber sehr, sehr gut sein. Für den Rücken auf jeden Fall. Und diesen Hocker in dieser Farbe gab es tatsächlich zu einem sehr guten Preis. Also für 56,76 Euro habe ich das Ganze hier einmal gepostet. Ich kann das Ganze nochmal eingrenzen. Und wir sehen hier, 56,71 Euro war der niedrigste Preis. Dann ging das Ding wieder auf 160, 158. So, dann wieder ein kleiner Rücksetzer auf 93 Euro. Und seitdem, seit 8. August ist das Ding konstant bei 166 Euro von Amazon selbst. Und 158 Euro bei anderen Händlern. Genau hier, neu ab 158 Euro, wobei hier noch Versandkosten dazu kommen. Auch hier war ein sehr, sehr guter Gewinn möglich. Wir sehen hier zwar wenig Bewertungen, aber durchaus gute Bewertungen. Und die gibt es ja in verschiedensten Farben. Hier habe ich sogar noch dazu geschrieben, diese Farbe gab es bei eBay nicht. Das heißt, bei eBay hätte man diesen Sitz gut verkaufen können, weil es in der Farbe diesen Sitz gar nicht gab. Und allgemein, dieses Produkt gab es jetzt nicht so viel bei eBay. Jedoch kann man solche Produkte auch ganz normal bei Amazon weiterverkaufen. Die sind frei verkäuflich und da spricht eigentlich nichts gegen. Hier wäre ein Gewinn von 20 bis 50 Euro realistisch. Wobei, wenn ich das jetzt so angucke, durchaus mehr sogar. Also bei 166 Euro, wenn man es sogar für 140 Euro verkauft, ist man hier gut bedient mit einem Gewinn. So, und dann schauen wir uns einen letzten Post an. Und zwar ist das hier ein Ersatzakku gewesen. Und das ist auch recht attraktiv gewesen, beziehungsweise interessant. Zwar gab es den nur im Markt. Deutschlandweit hat Hornbach hier quasi für 20 Euro diese Geräte hier, beziehungsweise Ersatzakkus verkauft. Die wollten die einfach raus haben. Ich weiß nicht warum, ob sich da was jetzt auf dem Markt ändert oder so. Weiß man nicht genau. Jedoch waren die preisvergleichmäßig, sowohl bei Amazon als auch bei eBay, auch anderen Online-Shops recht gut im Preis. Und da war ein Gewinn von 20 bis 30 Euro realistisch möglich. Weil hier haben wir Amazon ab 69 Euro gehabt. Wir haben eBay ab 59 Euro gehabt. Und für 20 Euro hätte man das Ding einfach mitnehmen können. So. Und auch hier war das Ganze recht profitabel. Jetzt habe ich tatsächlich sogar von einem Abonnenten, der meinen Newsletter abonniert, sogar Fotos zugeschickt bekommen, wie er diese Dinge im Markt gefunden hat und gekauft hat. Und die zeige ich euch gerne mal. Hier haben wir es. Er war bei Hornbach und hat die Sachen hier für 20 Euro tatsächlich pro Stück gekauft. Und damit ist das eine Bestätigung, dass es tatsächlich realistisch ist. Und dann hat er mir noch weitere Fotos zugeschickt. Danke hier mit an dich, dass du mir die Fotos hier wirklich zur Verfügung gestellt hast. Und ich möchte die gerne auch hier mal zeigen, als einfach mal einen realistischen Beweis, dass es möglich ist, das Ganze auch wieder schnell zu verkaufen. Und zwar habe ich das Ganze ja letzte Woche Freitag erst gepostet, vor nicht mal einer Woche. Und dann hat er natürlich das Ganze hier bei sich, bei eBay eingestellt. Ihr seht, keine großen Sachen mit vier Bildern. Ganz normale Bilder von der Verpackung für 55 Euro. Und das Ganze wurde dann dementsprechend direkt verkauft. Also ich weiß jetzt nicht, wie lange er dafür gebraucht hat. Aber am 10., also wenn ihr das Video heute seht, dann hat er es gestern verkauft schon. Also innerhalb von zwei bis drei Werktagen hat er das Ding schon verkauft für 55 Euro. Ist das nicht geil? Danke hier nochmal dafür. Also ihr seht, es ist realistisch. Wenn ihr Bock drauf habt, auch diesen Newsletter zu bekommen, ihr müsst euch dazu nichts verpflichten, ihr könnt ihm gerne auch immer austreten, dann seht ihr unten das Ganze in der Beschreibung. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr euch das Video gefallen hat. Gebt mir dazu einen Daumen hoch. Das motiviert mich, viele weitere Videos zu machen und lässt uns als Community dementsprechend wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Wenn noch nicht getan, abonnier diesen Kanal, drück auf die Glocke, so verpasst du auch kein weiteres Video mehr. Ich freue mich bis zum nächsten Mal. Viel Erfolg beim Einkaufen und Verkaufen. Alles Gute, ciao.